Zunahme aus dem Querfaden Zunahmen aus dem Querfaden fallen gestrickt kaum auf. Von einer nach rechts geneigte Zunahme wird die linke Nadel von vorne nach hinten unter dem Querfaden zwischen zwei Maschen eingestochen. Damit kein Loch entsteht, wird die aufgenommene Schlinge rechts verschränkt abgestrickt. Zunahme aus dem Querfaden Die linke Nadel von hinten nach vorne unter dem Querfaden eingestochen. Damit kein Loch entsteht, wird die aufgenommene Schlinge rechts abgestrickt. Noch einmal zur Wiederholung. Zunahme aus dem Querfaden In der Rückreihe werden die Maschen wie gewohnt im Muster abgestrickt. Und so werden Maschen aus dem Querfaden zugenommen. In der Rückreihe werden die Maschen wie gewohnt im Muster abgestrickt. Und so werden die Maschen wie gewohnt im Muster abgestrickt. Und so werden die Maschen wie gewohnt im Muster abgestrickt. Und so werden die Maschen wie gewohnt im Muster abgestrickt. Und so werden die Maschen wie gewohnt im Muster abgestrickt.